Hey, wir können diesen Kran benutzen! Okay, danke! Und noch eine Runde! Blitz! Der Kran hat sich etwas bewegt! Deffen, Deffen! Schwarzmagie Kaboom! Das Ding ist voll aufgeladen, nach drei Schüssen! Und jetzt können wir gleich die Spezialaktion Kran benutzen und dann... Das Ding ist voll aufgeladen! Das Ding ist voll aufgeladen! Der Kran reduziert die HP des Gegners auf ein Sechzehntel seiner HP. Im Prinzip wäre er so gewesen, dass er mit Sogelkämpfe gegen das Teil ist. Das Ding ist 6K Live, ne? Und jedes Mal, wenn wir einen Zauber draufwirken, macht der Silence der uns. Und wenn er draufschlägt, dann bist du blind und... Warum eigentlich? Warum eigentlich so viel Ärger machen? Das Ding hat... Äh... Ja... Und tschüss! Das war im Grunde der Kampf gegen den All-Badgeeser, ja? Ist ja auch im Grunde bloß so ein... Naja, hier... Keine Ahnung, was das für ein Boss ist. Und jetzt ist das Ding. Ja... Ja... Das Ding hängt! Untertitelung des ZDF, 2020